Rote Rosenster mit Nebenjob, Katja Frenzel im Portrait In Dessau geboren und in Schwerin aufgewachsen, kam Katja Frenzel schon früh für das Theater in Frage. Ihre Mutter Berberoll steht auf der Bühne des Staatstheaters. Ihr Vater, Klaus Frenzel, ist eine der besten Puppenspieler aus Deutschlands. Anschließend trat er in den ZDF-Serien Frauenarzt Doktor Der Weg schien vorprogrammiert zu sein. Markus Mertin, 1994-1995, Küstenwache, 2001-2005, und dem RTL-Drama Unter uns auf. Zuhause als Tina Bergerichte in Rote Rosen Nach einer Pause im Jahr 2016 spielte sie die herzliche und naturverbundene Tina Bergerichte in der äußerst erfolgreichen Serie Rote Rosen, wo sie schnell zu einer der beliebtesten Figuren wurde. Das ist ein ganz besonderer Job, sagt die Schauspielerin, weil man so viele Stunden am Tag damit verbringt. Man geht nicht nur zum Drehen ins Studio, man studiert auch Texte. Überlegen Sie, was Ihre Figur durchmacht. Die Mutter von vier Kindern verbringt viel Zeit am Set. Insbesondere mit ihrem Filmpartner Hakim Michael Meziani. Tatsächlich habe ich die Angewohnheit, tatsächlich in eine solche Welt einzutreten. Es gibt eine Schwelle in mir, und erst wenn ich diese überschreite, denke ich an mich selbst als Tina, sagt die Schauspielerin. Es ist leicht, wie Tina zu denken, weil das schon so viele Jahre her ist und ich sie jetzt so gut kenne. Anfangs war es etwas schwierig, weil wir einfach in einem unglaublichen Tempo produzieren. Manchmal muss man sehr schnell genau wissen, wo sich etwas befindet. Jetzt! Enge Beziehung zum Vater des Puppenspielers Und wenn Katja Frenzel an ihre Kindheit mit ihrem Vater zurückdenkt, schlagen ihr zwei Herzen in der Brust. Andererseits gab es auch einen Vater, der dadurch auffiel, dass er mit Puppenfantasie von Neue Welten erschuf. Andererseits habe ich auch erlebt, wie sich mein Vater veränderte, als er Alkohol trank. Dann wurde mein Vater ein Kleinkind. Er konnte sich nicht mehr um uns kümmern, also mussten wir uns die ganze Zeit um ihn kümmern. Danach sperrte er sich ein. Sie waren entweder allein oder traurig und weinten. Das war es sehr emotional und unheimlich anstrengend für uns. Ihr Vater lebt derzeit in einem Pflegeheim für Demenzkranke. Am Ende des Tages bleibt jemand übrig, der nur in diesem Moment existiert. Das war für mich der Punkt, also ging ich zu diesem Moment und der Liebe, die ich für ihn empfinde. Geben wir sie ihm einfach. Das habe ich in diesem Moment getan. Ich bin seit meiner Jugend dem Theater ausgesetzt. Katja Frenzels Mutter, Berberoll, ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen des ostdeutschen Cieters. Als Tochter erlebt sie die Welt des Theaters als faszinierend. Sie haben großartige Produktionen auf die Beine gestellt. Bei Antique Evenings zum Beispiel liefen fünf Stücke parallel, und man konnte wählen, zu welchem Stück man gehen wollte, und man stand vor der Bühne. Theater Vorstellung eines riesigen trojanischen Pferdes. Vergessen Sie nicht die legendäre Interpretation von Faust. Trotz dieses Einflusses wollte sie keine Schauspielerin werden. Wurde früh schwanger und musste sich und das Kind ernähren. Es kam jedoch anders. Dies geschah durch ein Angebot eines Fernsehsenders. Nach 13 Folgen der ZDF-Serie Gynäkologe Doktor. Markus Martin wurde diese vorläufig beendet. Es folgte die Ausbildung zur Schneiderin. Neben meiner Tätigkeit als Fotografin arbeite ich auch als Glückskutsch. Neben ihrem Job als Schauspielerin hilft sie Menschen als Glückskutsch. Trotz Herbststürmen und Dauerregen sitzt sie fröhlich im Studio und verbreitet während ihres offiziellen Podcasts Rote Rosen positive Stimmung. Ich entschied, dass das eine gute Sache für mich war. Auch ihr privates Glück fand sie in Lüneburg, wo die 49-Jährige heute lebt. Es bleibt abzuwarten, ob die Freude der ARD-Telenovela ungebrochen anhält, ihren Fans wird sie aber auf jeden Fall gefallen.